Die Generalität ist die Gesamtheit aller Generale eines Staates. Begriffsbestimmung, lauteten bilden alle Generale eines Staates die Generalität. Die Bezeichnung selbst leitet sich also von General ab. Die Generalität umfasst folglich nie nur eine Teilmenge aller Generale. Da der Begriff Generalität auf Personen und nicht auf die Dienstgrade abstellt, umfasst die Generalität beispielsweise keine Dienstgrade. Die zum Betrachtungszeitpunkt von keinem Offizier bekleidet werden. Die Generalität ist also nicht identisch mit der Dienstgradgruppe der Generale und meist auch nicht mit der Sammelbezeichnung Generale für mehrere Träger einer der Dienstgrade dieser Dienstgradgruppe. In der Bundeswehr ist der Begriff Generalität unüblich, seine Definition daher nur unscharf und der Gebrauch informell. Zum Teil werden die Bezeichnungen Generale und Generalität daher auch fälschlich austauschbar gebraucht. Da nicht in jeder Streitkraft wohl definiert ist, wer zur Dienstgradgruppe der Generale zählt, ist auch die Größe der im Duden definierten Gruppe nicht eindeutig bestimmt. Abhängig davon, ob im betreffenden Kontext Admirale zu den Generalen und folglich zur Generalität gezählt werden, Ist die Admiralität eine Teilmenge der Generalität oder eine gänzlich andere Gruppe Österreich-Ungarn-Schweiz? Zur Generalität zählen in der Schweizer Armee alle höheren Stabsoffiziere sowie der nur in Kriegszeiten ernannte General-Sowjetunion. 1940 wurden wieder Dienstgrade eingeführt, die sich an denen des Zarenreichs orientierten. An die Stelle des Generalfeldmarschalls trat der Marschall der Sowjetunion, außerdem wurden neue Ränge, die Hauptmarschelle und die Marschelle einer bestimmten Waffengattung, die dem Armeegeneral gleichgestellt waren, eingeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017